Das Sineo 5-Tage-Protokoll. Hi, ich bin Franziska. 15 Mal in 5 Tagen muss ich mir die Zähne putzen, 5 Mal die Beine rasieren, 30 Mal aufräumen, 3 Mal einkaufen, 10 Mal kochen. 20 Mal mein Baby füttern, 30 Mal E-Mails beantworten, 5 Mal in 5 Tagen trainiere ich und 10 Mal muss ich duschen. Aber nur einmal in 5 Tagen, nur ein einziges Mal muss ich meinen Sineo anwenden. Nur einmal. Sineo, das Deo-Antitranspirant mit 5-Tage-Wirkung. Sineo, länger, sympathisch, trocken. Sineo, länger, sympathisch, trocken.